Hallo meine Lieben, heute gibt es mich in bewegten Bildern. Der Wunsch kam ja auf, mich mal ein bisschen näher kennenzulernen, um auch zu wissen, wer hinter der Kamera steht. Hier bin ich also. Mein Name ist Annette Petrich und ich bin Fotografin von der Insel Usedom. Und ja, mit so einem kleinen Video heute möchte ich einfach erstmal Danke sagen. Danke für 1000 Likes bei Facebook, das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Vielen Dank, dass ihr immer so fleißig liked, kommentiert und teilt. Das bedeutet mir wirklich sehr viel, es motiviert mich und ich werde so weitermachen. Ich hoffe, dass ihr mich auch weiterhin so unterstützt. Das ist nämlich wirklich echt klasse. Und ja, als kleines Dankeschön habe ich heute für euch meinen Kalender, Glütenzauber 2015. Den möchte ich verlosen und ich möchte des Weiteren mein kleines Postkarten-Set verlosen. Und das Einzige, was ihr tun müsst, ist ein Like oder einen Daumen bei Facebook oder bei YouTube für diesen Beitrag geben. Und einen kurzen Kommentar. Lasst euch was einheulen. Schreibt einen Witz, warum ihr das gewinnen solltet, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Seid kreativ. Und ja, Teilnahmenschluss ist der 31.10. Dieses Jahr. Facebook hat mit diesem Gewünschspiel natürlich nichts zu tun. Und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ansonsten, ja, was gibt es Neues oder was wird euch dieses Jahr noch erwarten? Dieses Jahr bleibt es noch ein bisschen ruhiger. Es wird nicht so super viele Fotos mir geben. Ja, zum einen damit zu tun, dass sehr, sehr viel für das nächste Jahr in Planung ist. Kann ich auch nicht so viel zu verraten. Aber es wird gut. Eine Sache, die ich schon mal verraten kann, ist, dass es zwei Workshops schon mal geben wird. Es kam jetzt öfter mal die Anfrage, gerade für Photoshop. Und da möchte ich einen Grundlagenkurs geben, bereits im Januar. Und dann wird es nochmal ein richtig tolles Strand-Shooting geben, auch als Workshop zwei Tage. Nähere Infos werde ich noch geben. Ich werde nochmal, ja, mal schauen, vielleicht ein kleines Video dazu machen. Die Workshops gibt es bereits bei Eventbrite. Und ja, die Links findet ihr hier nochmal beim Video unten drunter. Und mehr gibt es eigentlich zurzeit gar nicht, so zu sagen. Außer nochmal ein großes Dankeschön. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Und wir sehen uns bald. Tschüss! Ja, meine Lieben. Herzlich Willkommen. Ja, meine Lieben. Und zum einen möchte ich euch meinen Kalender verschenken. Scheiße. Ja, meine Lieben. Ja, meine Lieben.